Hallo liebe Freunde der 3-Akkordmusik. Der Konzertvlog Nummer 9 führt euch heute aufs Eisnöten-Stadtfest. Die Verstärker sind gestimmt und die Instrumente positioniert. Jetzt kommt der Soundcheck. Ihr geht jetzt wieder, oder wat? Ja, das war's dann, ne? Achso, ja, ok, dann tschüss. So, und jetzt heißt es nur noch 5,5 Stunden warten. So, für die, die es zeitlich leider nicht geschafft haben zu kommen, blende ich kurz ein Foto von der Hauptbühne ein. Perfekt. So, und jetzt heißt es nur noch 5 Stunden warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020